Bestimmt hattest du auch schon mal eine Trinkkokosnuss in der Hand und hast dich gefragt, Mann, wie kann ich jetzt diese Kokosnuss öffnen, um mich an diesem heißen Tag zu erfrischen mit dem Wasser. In Costa Rica ist es ziemlich unkompliziert und einfach. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020